Sie sind hier, 3. Januar 2019, 18.16 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Paulien van Deutekom wurde nur 37 Jahre alt, Urheberrecht, Getty Images, die ehemalige Eisschnelllaufweltmeisterin Paulien van Deutekom verstirbt, mit nur 37 Jahren an Lungenkrebs. Rekord-Olympiasiegerin Iri Vüstrauert, die frühere niederländische Eisschnelllaufweltmeisterin Paulien van Deutekom ist am Mittwoch im Alter von nur 37 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Van Deutekom hinterlässt ihren Mann und eine einjährige Tochter. Ihre größten Erfolge hatte die studierte Pädagogin 2008 gefeiert, als sie bei der WM in Berlin überraschend Euro und Gold gewann. In Nagano, Japan wurde sie einen Monat später an der Seite ihrer Landsfrauen Ayrin Wüst und Renate Grönewold Weltmeisterin in der Teamverfolgung. Bei ihrer einzigen Olympiateilnahme 2006 in Turin belegte van Deutekom Rang 13 über 1500 Meter, 2012 beendete sie ihre Karriere. Ich bin unendlich traurig, ich vermisse dich, aber ich bin auch dankbar, dass du meine Freundin warst, twitterte Oranjes Rekord-Olympiasiegerin Wüst, die stets Kontakt mit ihrer ehemaligen Trainingskollegin gehalten hatte. Ich habe so viel von dir gelernt. Unsere Freundschaft ist etwas Besonderes, es ist Liebe. Ihren letzten öffentlichen Auftritt hatte van Deutekom im März vergangenen Jahres am Rande der Allround-WM in Amsterdam. Von Sportinformationsdienst Von Sportinformationsdienst